Hey Leute, ich bin's, euer Rüste Luis von Culture of Warrior. Ich sitze hier in einem schönen Park mit meinem Sohn Shane und heute machen wir ein paar Frage- und Antwortvideos. Was hältst du vom Aufwärmen beim Sport oder zum Training? Aufwärmen. Aufwärmen ist für mich ganz wichtig. Die Leute wärmen sich viel zu wenig auf. Ich beobachte es oft in den Fitnessstudios, besonders auch bei vielen Leuten, die Kraftsport machen. Ich rede jetzt nicht von leistungsorientierten Leuten oder die auch wirklich sich mit der Materie auseinandersetzen. Kommen ins Fitnessstudio, legen sich auf die Flachbank hin, machen 30 Kilo pro Seitung, machen einen Satz, 20 Wiederholungen, Bankdrücken und sagen, so jetzt bin ich warm, ich trainiere jetzt zu Rücken. Bullshit. Genauso wie im Kampfsport, ob wir uns jetzt mit Springseil warm machen, Schattenboxen, leichtes, kurzes Andehen, um die Muskeln in Aktionsbereitschaft zu versetzen. Wärmt euch auf. Ich habe persönlich auch oft die Erfahrung gemacht, durch das Nicht-Aufwärmen habe ich mir selber persönlich viele Verletzungen zugezogen. Für mich sind die schlimmsten Verletzungen, mit denen ich bisher zu kämpfen hatte, Reizungen und Entzündungen. Weil jeder Arzt hier sagt, naja, wissen Sie was, Herr Luis, machen Sie doch einfach mal 14 Tage Pause. Nach 14 Tagen ist dieser Mist immer noch nicht weg. Jeder andere Füßertagbeutel sagt mir, du, pass auf, du hast dich einfach nicht ordentlich warm gemacht. Tennisarm, Entzündungen in den Knien, da fängst du gleich an, Kniebeugen zu machen. Also Leute, ihr müsst euch oder ihr solltet euch definitiv vor dem Training aufwärmen. Das ist sehr zu empfehlen, es ist wichtig, ja, für eure Gesundheit und natürlich, damit ihr auch dementsprechend eine ordentliche Leistung beim Sport bringt. Also, aufwärmen, ja, wer dazu noch Fragen hat, kommentiert, schaut euch das Video an. Atem, wie man sich aufwärmen kann, gibt es Dutzende Seilspringen, 10 Minuten auf dem Fahrrad, vielleicht lockere Schattenboxen für die Kampfsportler, ja. Bringt euren Herz-Kreislauf in Wallung, ja, und dann könnt ihr an die Geräte und dann, ich garantiere euch auch, selbst beim Krafttraining, beim Kampfsport, beim Fußball. Ja, dann merkt ihr, wenn ihr warm seid, wenn der Muskel warm ist, dann bringt ihr wirklich optimale Leistungen. Okay, Leute? Also, wer Fragen noch zu dem Video hat, wir können uns immer unterhalten, wir kommunizieren miteinander. Ich bin Arasul Luis Kacchak, Warrior. Peace!